Ausgang, das war lustig ISEN BREADBERRY Was ist das? Mit drei und so Ach du Kopf, der wird ein Boomer Zwei noch, komm, ein Hallo? Well, it's alright, I mean, it worked enough, I guess. I think I burned off my eyebrows. Was denn? Bei mir lieg ich aufm Boden. Was denn? Späuch dir auf, späuch dir auf! Ich zeig mir, späuch dir die 10, ich will es sehen. Wie sich bei dir denn auf? Mal, du bleibst bei mir rum. CF, kannst du mir helfen? Drum F. Nein, kann ich nicht. Hallo? Hä? Warum rutsche ich halt auf eurem Boden mit dem Ton? Ich kann dir gleich zeigen, wenn du fertig bist. Da ist ein Zombie, der in der Nähe steht. Bitte. Und löst! Aua, da kam ein Zombie aus der Tür! Ah! Das war ein ziemlich guter Ramm, Alter. Das muss nicht gegeben. Nein! Der ist wirklich explodiert. Warte, warte. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, das war schon sehr. Das war nie. So ein klein bisschen Hafen hab ich da auch mit einem verkacksten Entwurf, wie ich eben. Ja, ich bin Profi. Ja, du hast lange trainiert, ne? Ja. Nice. Ok, jetzt. Ah, ohne immer zu. Ah! Ok, da ist es so. WTF! High five! High five! High five! Ey, ich hab zum Schieten da halt. Äh, gutes Spiel, gutes Spiel! Scheiße! Was ist das denn? Mann! Verdammt. Moin! Kann man so unlucky sein. Ich weiß es nicht, ich muss es nochmal machen. E pesen mit. ...